Minecraft unter Linux installieren. Für die Kommando-Eingabe öffne ich ein Terminal. Die Voraussetzung für Minecraft ist Java, die bei Linux Mint mit dem schon vorhandenen OpenJDK-Paket gegeben ist. Mittels MKGear erstelle ich ein Verzeichnis für Minecraft in dem Ordner opt-Passwort eingeben. Ich lade Minecraft per vegeta runter, minus O, dann das Ziel, opt-minecraft-bin-minecraft-ja und dann die Quelle. Die URL der Quelle findet man ebenfalls auf der offiziellen Minecraft-Seite unter Download. Durch CAO ändere ich den Besitzer des Ordners opt-minecraft. Der Besitzer ist jetzt der Benutzer Paul. Anschließend starte ich Minecraft mit Java, minus ja, opt-minecraft-bin-minecraft.ja. Ich gebe die Account-Daten ein und kann losspielen. Einen Account kann man auf der offiziellen Minecraft-Webseite erstellen. Die zweite Variante ist, man installiert Minecraft über ein PPA. Erstens, das entsprechende Repository hinzufügen. Zweitens, ein Update durchführen. Und drittens, den Minecraft-Installer installieren mit apt-get-install-minecraft-installer. Minecraft findet man dann unter Menü Spiele-Minecraft. Möchte man Minecraft bei Fedora installieren, muss man vorher noch das OpenJDK installieren für Java. Ansonsten ist es die gleiche Prozedur. OpenJDK installieren mit einem Paketmanager oder mit dem Kommandozeilentool dnf. Dann das Verzeichnis erstellen. Dann Minecraft herunterladen. Dann den Besitzer ändern und dann kann man mit Java Minecraft starten. Benutzt man Raspbian beim Raspberry Pi, muss man Minecraft nicht noch installieren. Dort gibt es die Minecraft Pike Edition, die man sofort starten kann. Als Alternative zu Minecraft gibt es bei Linux das Spiel Minetest, das man installieren kann. Paketmanager starten. Dann nach Minetest suchen. und einfach anklicken und installieren. Das war UserPaw von oben Screencast. Ciao und viel Glück. Heuteimmer. Jetzt bin ichInto. Dann bin ich fertig, das maß, dass ich in den Raum geboren kann sahne. Ich hole mich drauf in einigen. Ich hole mich nach der ganzen Welt.